Das waren so Whitening-Strips für die Zähne. Das war ziemlich bitter. Das wollte mir nicht sehen momentan. Weil wir schenken uns schon jahrelang nichts. Weil wir haben Weihnachten nicht mehr. Das ganze Jahr in der Kultur. Wahrscheinlich irgendwie so Unterhosen. Schwierige Frage, wirklich. Ich glaube, irgendeine Art Socken. Super, super Weihnachtssocken, ja. Schlimmste Weihnachtsgeschenk? Muss ich überlegen. Ja, wenn meine Familie fern bliebe. Das wäre für mich am schlimmsten. Wenn sie sagen, nein, wir fahren weg oder so ähnlich. Schlimmste Weihnachtsgeschenk? Gute Frage. Eine Einladung, eine Einladung zu einem Kinderkonzert. Eine cream masse, eine Einladung zu einem Kinderkonzert. Ich wäre nur ein oder andere Einladung zu einem Kinderkonzert. Diese ganze secondo, die wir vielleicht nicht kennen, Und wir würden uns leider nicht überlegen, Oder wir brauchen das Kinderkonzert. Untertitelung des ZDF, 2020